Aber Klicke, was heißt das eigentlich genau? Das wollen wir herausfinden und dabei helfen uns die wilden Hühner. Super. Ich dachte, mit den neuen Kontaktlinsen würdest du besser sehen. Trude würde sich doch am liebsten noch Rikis Taschentuch einräumen, wenn er eins hätte. Hi Wilma. Hi. Was hast du mit Rikki? Er sollte eigentlich Lysander spielen, meine Liebhaber. Aber er ist leider total unbegabt. Jetzt hat ihn für Rose als Beleuchter eingesetzt. Was ist eigentlich mit deinem Cousin aus Italien, Trude? Ach, der schreibt mir nur seitenlange Briefe mit Fußballergebnissen. Wo Trude doch Lukas Gordolski für einen Springreiter hält. Vielleicht plant die Liebe ja neu auf, wenn du ihn erst wieder siehst. Während Trude unsterblich in diesen Schönling aus unserer Parallelklasse verliebt war, erzählte Melanie jedem, der es hören wollte oder nicht, dass Willis neue Freundin Nana mausfellgraue Haare hatte und nicht halb so gut aussah wie sie. Ja, bei uns hier im Studio sitzen jetzt Sasa, Paula und Lucy, die derzeit prominenteste Mädchenklicke Deutschlands. Und sie sind Mitglieder davon, die wilden Hühner. Wie toll ist es denn jetzt eigentlich, so ein wildes Huhn zu sein? Naja, wir sind ja nicht wirklich jetzt die wilden Hühner, weil wir spielen es ja nur. Wir sind schon total gute Freunde jetzt dadurch geworden, aber eine Clique oder eine Bande sind wir nicht, weil wir wohnen auch viel zu weit auseinander. Aha. Das heißt, wahre Leben, geht man sich aus dem Weg? Nein, wir halten auch, wenn wir weit auseinander wollen, halten wir trotzdem Kontakt und telefonieren so oder chatten. Und wenn wir halt ein bisschen näher beieinander wohnen, dann treffen wir uns schon mal. Jetzt habt ihr ja eine Clique dargestellt im Film. Was würdet ihr sagen, was macht eine Clique aus? Gibt es da irgendwelche Merkmale? Also, dass man zusammenhält und dass man den anderen respektiert und also, dass man einfach so zusammen ist und dass, also einfach gute Freundinnen. Was haltet ihr davon, dass nicht jeder mitmachen darf? Dass manche erstmal ausgeschlossen werden, dann muss man auch noch einen Eid ablegen und eine Aufnahmeprüfung vielleicht sogar bestehen. Was haltet ihr von diesen ganzen Dingen? Blöd. Also, wenn man jetzt wirklich eine Clique hat oder so, das wäre ja dann eigentlich blöd, wenn man dann jemanden aufnimmt, nur weil er irgendwas besteht. Dann besteht ja keine Freundschaft, sondern nur irgendein Zwang, weil man dabei ist, weil man irgendwas gemacht hat. Ich finde, wenn jemand irgendein Freundeskreis oder so, dann müssen sie wirklich befreundet sein. Und es muss ja nicht gleich eine Clique sein. Es können ja einfach welche sein, die gut befreundet sind und einfach viel zusammen machen. Gut, aber Freundschaft ist ja jetzt nicht gleich Clique. Das habt ihr ja auch schon eigentlich festgestellt. Habt ihr denn auch mal eine Erfahrung mit einer Clique gemacht? Wolltet ihr auch mal irgendwann in eurer Jugend in eine Clique aufgenommen werden? Naja, nicht wirklich. Also in meiner Grundschule waren wir so etwas Ähnliches wie eine Clique. Eigentlich alle meinten immer, wir wären eine Clique und alle meinten immer, wir wären voll arrogant und haltet euch bloß fern von denen. Aber eigentlich fanden uns alle voll cool und wir wollten das irgendwie gar nicht. Wir waren halt einfach nur befreundet und wir waren komischerweise alle blond. Aber es hatte damit einfach gar nichts zu tun. Wir mochten uns einfach. Aber so richtig, dass ich mal eine Clique ganz toll fand und rein wollte und dafür irgendwas getan hätte, das gab es bei mir noch nie. Also könnte man zusammenfassend sagen, Clique, das ist eigentlich nichts, was für euch in Frage käme. Nicht so wirklich. Freundschaften sind da schon wichtiger. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und dass ihr hier wart. Vielen Dank.